Ja, liebe Kollegen, liebe Gäste des 1. FFC Frankfurt, da habe ich für einige wenige Minuten ihre Aufmerksamkeit bitten. Unsere Pressekonferenz nach dem heutigen Bundesliga-Einspiegel zwischen 1. FFC Frankfurt und der STV. Ich darf sehr herzlich begrüßen aus meiner Linken Jens Scheuer, da ist der STV, den Wunsch zum Nicht-Sieg. Und natürlich auch unser Trainer, lieber Profitz, den Gäste fremden, der wird das erste Wort. Ja, guten Tag hier in Frankfurt. Ich muss den Glückwunschweg weiterhin an meiner Mannschaft, ein Kompliment daraus sprechen, war vielleicht nicht die spielerisch beste Leistung der ersten Saison, aber mit Sicherheit die geordnetste und der Disziplin her gegen den Ball, die letzte, würde ich mal so sagen. Dass die Schwerbe hier in Frankfurt zu gewinnen, das war uns bewusst. Gerade auch nach der englischen Woche, mit einem schweren Spiel in Wolfsburg, wo natürlich auch sehr viel Kraft gekostet hat. Von dem her sind wir immer möglich, hier drei Punkte mitnehmen zu können. Und es ist auch mal schön, darauf vorzulegen, dementsprechend mit anderen Mannschaften ein bisschen unter Druck zu setzen. Jetzt gucken wir einfach die letzten zwei Spiele, was passiert. Wir sind bereit, wir geben Vollgas, und wir wollen einfach diese sechs Punkte holen. Und ja, dann schauen wir mal, ob uns vielleicht auch Frankfurt noch ein bisschen hilft im letzten Spieltag. Ja, wir würden euch einladen natürlich dann. Ja, vielen Dank für das attraktive Angebot. Warten wir ab, was in drei Wochen passiert, aber jetzt kehren wir noch mal zum heutigen Spiel zurück. Nico, dann von der Tagung. Guten Tag zusammen. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man nicht spolt, irgendwie positive Dinge herauszuheben, aber ich kann mir jetzt glaube ich zustimmen, dass es meiner Meinung nach ein ausgeglichenes Spiel war. Wobei für meine Verhältnisse kamen wir sehr gut in die Partie, hatten mehr vom Spiel, haben dann zwei gute Möglichkeiten rausgespielt, wobei mir dann die Abschlüsse sehr schwach abgeschlossen haben. Und das ist das, was wir uns vorwerfen müssen. Und das Problem haben wir jetzt schon. Warum? Dass wir einfach die Möglichkeiten, die wir haben, nicht machen. Und zudem kommt dann auch, dass wir individuellen Fehler machen und Freiburg uns dann auch gleich bestraft hat mit 0-1, was sie dann gut zu Ende gespielt haben. Dann war es halt so, dass es wie gesagt ein ausgeglichenes Spiel war in der zweiten Halbzeit. Ich glaube ich, wir haben ja auch wieder sehr, sehr gut in die Partie, hatten gleich von der Tanja eine Möglichkeit, wo wir es einfach nicht geschickt genug lösen. Da müssen wir halt einfach mehr draus machen. Machen dann zwei individuellen Fehler, sage ich mal, und kriegen das zweite Tor. Und dann steht es hier bei 0-2 nach, ich glaube, 65 Minuten oder so. Und das ist natürlich bitter, weil wir, glaube ich, von der Leistung her mehr verdient hatten. In Freiburg hat es Freiburg, glaube ich, ähnlicher Licht, wo wir die effektive Mannschaft waren. Heute waren wir halt diejenigen, die nicht effektiv waren. Und Freiburg ihre wenigen Torchancen haben, wenn sie hinten raus natürlich ein, zwei Kunde haben, wenn man zwei in den Pfiff genutzt hat. Und wir, ja, uns für den Aufwand nicht belohnen. Aber schön ist zu sehen, dass die Mannschaft bis zum Abpfiff aufs Tor gegangen ist. Und symptomatisch ist dann auch das 1-2, glaube ich, gefallen. Zweimal am Pfosten. Und erst der dritte Schuss war drin. Und das zeigt einfach, glaube ich, unser Problem beim Voreschießen. Und, ja, wir hoffen, dass es die letzten zwei Spiele besser wird und uns der Jens und Freiburg dann die Bayern und, was auch immer, ich glaube, Essen gibt es dann auch, oder? Einladen kann, wenn wir Westen erstmal bespielen und dann am Ende hier die Bayern. vielleicht auch denen das Bayern stellen können oder auch es schaffen. Fakt ist, von der Leistung her war es auch heute in Ordnung, vom Ergebnis nicht. Und das macht uns, ja, einfach wütend. Und, wenn ich ganz ehrlich bin, geht es uns total auf die Nerven, dass man sich für tolle Leistungen gegen einen super Gegner nicht belohnt. Aber das sind halt die Dinge, die wir einfach lernen müssen und effektiver werden müssen. Und, ja, ich glaube, heute stand, ich weiß nicht, vielleicht die jüngste Mannschaft der ÖFC-Organisation. Die Mädels haben es gut gemacht. Und das Ergebnis ist einfach sehr ärgerlich und bitter. und die Mannschaft hat immer verdient. Leider ist es so, dass wir verloren haben und dementsprechend müssen wir weitermachen und ich glaube trotzdem, auch wenn die Ergebnisse jetzt die letzten morgen nicht gestimmt haben, ist die Mannschaft auf guten Weg. Auch taktisch und alles andere ist mir jetzt nicht egal, aber erstmal zweitrangig, auch wenn ich sehr gerne mit dieser Mannschaft wieder gewinne. Und nicht für mich oder für irgendjemand, sondern die Mädels. Es ist einfach bitter, sie traurig zu sehen und es ist ein bisschen nach dem Spiel, wenn man sich mit guten Leistungen nicht will. Ja, danke Iko für dein ausführliches Statement. Ist dir noch was offen geblieben von Seiten der Kollegen hier vorne? Mikrolik am Tisch. Schweigen die beide. Die kommen dann gleich einzeln. Da kommen sie wieder, aber vielleicht gibt es noch was aus die Allgemeinheit interessiert. Okay. Okay, doch. Prüfenablieb von Markus Hartmann. Komm. Okay. Dann bedanke ich mich, willkommen wünsche ich allen noch einen schönen Restsonntag. Unseren Gästen natürlich einen guten Nachhauseweg. Und auch alles Gute. Wir drücken die Daumen für die letzten beiden Spiele. Und ja, wie ich es ja schon gesagt habe, das werden uns was dafür tun. Vielleicht noch ein bisschen das Anmut anzug zu kommen. Nächste Woche haben wir uns beide ja stilfrei verordnet. Da stehen andere Pokalfinale. Und wir sehen uns dann wieder. Erstmal zum Auslandspiel in Essen. Am 27. Mai 14 Uhr Sporttag am Hallo. Und am 3. Juli dann großes Finale gegen Bayern München. 14 Uhr schon mal vormerken. Und ja, bis dahin alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Und natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank.